Ach, man kann hier Level steigen! Genau! Oh Gott! Du hast den armen Mann! Der war doch sein Kunde! Hallo! Ach komm, du kriegst auch ne Arme! Du bist ein Steckschwein! Ich krieg dir gar nix! Moin Leute! Am heutigen Tag testen wir den Fliegensimulator zusammen mit German! Let's play! Hallo, na? Wir haben leider absolut keine Ahnung, wie dieser Fliegensimulator funktioniert, aber hier ist so ein Typ, der hat ne Knarre in der Hand und da ist ne dicke fette Fliege! Ich spiel als Mann, okay? Und du bist die Fliege! Okay! Äh, momentan... Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf! Jawoll! Get rid of un-eaten Pizza! Es ist nämlich ungefähr, glaube ich, so, dass ich hab ein Pizza-Restaurant! Ja, genau! Zack! The winner is the team which scored 5000 Points! Ja! Ich hab meinen ersten Kunden! Hallo! Bist du das? Ne! Hier fliegt ne Fliege! Lalalalalalalalalala! Hä? Das bin ich! Ach, das bist du wirklich? Dumm, Sonnenfliege! Oh Gott, warte! Ich muss ihm... Jungen, andere Spieler! Ich muss ihm ne Pizza bringen! Äh... Pizza! Jaja, warten Sie doch! Hier, Sie kriegen Ihre Pizza! Bitte! Hä? You died? Wie, wie... Dann nimm du doch meine Pizza! Achso, ich hab dich mit dem Karton erschlagen! Bitte! Ja! Sieh, die Pizza! Zack, Alter, komm her! Wo ist die blöde Fliege? Hä? Wo bist du? Da! Nein! Warte auf! Geh weg! Nein! Wieso? Hä? Jetzt ist sie auch weggegangen! Oh ja, da sind so viele Fliegen! Ich schnapp mir noch schnell! Ja, 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 ja! Sie kriegen die Pizza! Oh nein! Ja! Okay! Wie lade ich meine Knarre wieder auf? Wo kann ich das machen? Ich weiß nicht! Hier? Hä? Oh ja! Ich versteh das nicht! Nein! Geh weg! Geh doch weg! Nein! Du siehst mich! Nein! Hilfe! Ich muss noch Waffen haben! Ah, wa... Yo! Als ob! Warum sterbe ich denn immer? Bats! Ich stirbe und... Oh Gott! Du hast grad einen Menschen angegriffen! Sir, es tut mir leid! Mann, dass ich wegkomme! Was tust du denn? Sie bleiben hier! Ma'am! Oh! Ja gut! Menjul, ich hab ein Problem! Ja, ich seh schon! Warte! Ich muss den loswerden! Ich muss den loswerden! Entsorg du mal! Ja, ja! Ich pack den hier hinter! Was? Oh mein Gott! Das ist mein Game! Zack! Okay! Tipptopp! Er ist jetzt erstmal hier hinten! Hahaha! Was ist das denn? Da kommt jemand! Hey! Ihr blöden Fliegen da unten! Geht weg! Warte, warte, warte! Lass mich! Nein! Ich wollte mich paaren! Du mieses Schwein! Ja! Du hast dich in meinem Pizzaladen nicht zu paaren! Ja, aber warum denn nicht? So! Der kriegt jetzt Pizza und du kriegst jetzt eine mit dem Rohrstock! Was wär? Zack! Da! Da ist doch wieder! Da unten seh ich doch fliegen! Geht weg! Oh nein! Tipptopp! Warte, ich hab hier noch was anderes! Als ob! Was tust du da? Ich hab, ich hab ein bisschen was gemacht! Oh nein! 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 Ist okay! Komm da! Ist doch! Ja! Es brennt! Hahaha! Und da ist er da unten! Sir! Oh! Habt ihr ein Date? Hallo! Hallo! Oh, ist leer! Bist du denn schon wieder da? Kannst du eine neue Pizza holen bitte? Ja! Ich hol eine neue Pizza! Warte! Ich hab hier aber gleich noch was! Mist! Bis da! Du führst du! Echt? Was ich führe? Ach, da sind Punkte! Jaja! Warte, was? Ich hab hier eine Rohrzange? Oh! Alter! Ich hab hier... So! Jetzt wird hier ein bisschen gesichelt! Nein! Nein! Zack! Warte! Warte! Lass mich! Okay, warte! Lass uns einmal tauschen! Ich möchte... Warte, warte, warte! Ich guck, guck mich... Guck mal zu! Ja, was ich mach! Wo bist du denn gerade? Warte! Ich such grad eine Fliege! Da oben! Hier ist eine! Ja, warte! Sie ist eine, die... Hier, sie landet! Komm mal her! Wo denn? Hier bei dir im... Ah, da! Ja, ich seh's! Ja, ich komm! Die flieg weg! Warte! Mach da, als du wegkommst! Ja, du... Warte, ich möchte mal die Fliege! Leave this game! Yes! Zeig! Wir wechseln einfach mal! Ich bin Pizzaman! Genre... Ah ne, Moment! Ich will nicht deine abkranzte Bude! Ich geh raus! Ja, genau! Ich bin jetzt eine Fliege! Ich mach als... Play, fly! Connected! Ich bin irgendwo connected! Ja, wahrscheinlich bei mir! Guten Tag! Tag! Okay, jetzt bin ich mal... Oh ja! Okay, ich bin jetzt hier irgendwie... Wie starte ich denn? Ah, ich seh dich! Hey, lass mich... Ah! Oh Gott, bist du hässlich! Hey, ich... Wie treffe ich dich denn? Ach so! Mit der linken Maustaste! Tschüss! Au! Ja! Verdient! Ja, ich wusste nicht... Ach, da unten rechts steht's auch! Warum hab ich denn Minus 250? Haha! Ja, weil du die... Leute! Du machst ja nix! Wie kann mans denn so hart verkacken? Haha! Hallo! Na? Siehst du mich? Nee! Okay! Ja, ich beobachte dich erstmal! Kann ich hier auch irgendwie... Drag Item, Attack, Drop Item? Nee! Oh! Hä? Was willst du da? Haha! Okay, okay! Hör dich doch! Ey! Ganz im Ernst, ne? Ja! Ja! Ach, man kann hier Level steigen! Genau! Und dann musst du dich... NOOOOO! Oh Gott! Du hast den armen Mann! Der Ar... Der war doch sein Kunde! Den hast du einfach... Niedergemetze! Ich treff dich nicht! Mann! Hallo! Ach komm, du kriegst auch ne Arme! Hahaha! Du bist ein Steckschwein! Ich krieg dir gar nix! Oh Mann! Hahaha! Okay, so... Ich muss... Erstmal... Ich muss... Oh Gott! Neben mir liegt der Willi! Was?! Was?! Er raschelt aus und rennt! Warum? Nur weil ein paar Leichen liegen oder was? Ja, du solltest die vielleicht verstecken! Da kommt der Nächste! Oh oh! Er sieht alles! Aber ihm ist es... Ihm ist es auf gut Deutsch gesagt scheißegal! Hä? Er hat echt keine Skrupe! Hä? Ja! Hier! Was... Was macht denn... Was macht denn... Was macht denn das Ding hier?! Ich glaub, die wollte gerade ein bisschen... Liebe mit mir machen... Ja! Was?! Was denn? Wie hast du mich so schnell erwischt?! Ich hab dich nicht getötet! Doch! Nein! Ja, jetzt! Komm! Weiter! Weiter! Was?! Hier kommt einer reingerannt und ich schlag ihm erstmal eine rein! Ja, red' nicht so! Du auch noch, komm! Oh, jetzt! Warte, warte, warte! Töte mich mal nicht! Ich kann jetzt... Ja, warte, warte, warte! Ich kann jetzt... Ich würd' sehen! Ich... Ich bin direkt hinter dir! Ich muss jetzt eine andere Fliege finden! Ja, da! Komm, bitte! Ich guck zu! Ich guck zu! Ich guck zu! So? Ich... 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 Ich muss jetzt hier so ein bisschen... Warte mal... Genau! Ja, ja, ja! Nein, bleib doch hier! Aber vielleicht... Mit... Mit der hatte ich grad... Bitte! Ja, 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 ja! Ja! Look for a safe place! Warte nicht, Menjel! Achso, bist du da? Ja, ja! Ich laufe gerade rum! For the large... Level up! Ich hab... Ja! Ich hab hier ne kleine Larve gelegt! Hallo! Achso! Die ist direkt hier vor... Ach, daraus wird nur... Oh Gott! Menjel, was machst du da? War nix! Die arme Menschen! Oh! Die... Die... Die anderen Menschen sind weg! Joga, dein... Das hier sieht auch einfach aus wie total der... Der kaputte Place! Oh, hallo! Hallo! Was denn? Sie geht ab... Ey! Hä? Hä? Es geht auf Platz! Sie rennen alle weg! Ja! Du musst hier sauber machen! Ja, wie denn? Ich weiß es nicht! Das funktioniert nicht! Ich fliege mal kurz hier rüber! Das ist ein Schwerpunkt! Au! Was soll denn das? Ja! Voll einer reingedrückt! Was macht denn... Was denn? Alles gut? Die Fliege hat grad was mit mir gemacht, was nicht in Ordnung war! Was denn? Ja, irgendwas ist bisschen komisch gewesen! Bisschen, bisschen ganz komisch! Oh, warte! Was denn? Ich bin frei! Freiheit! Ich bin frei! Scheiße! Ich bin... Ah! Freiheit! Okay! Wir tauschen nochmal! Okay! Warte, pass auf! Wir machen das jetzt mal so! Ja? Wir leben jetzt in Einklang, okay? Okay! Du kümmerst dich so gut es geht um die Customer und ich kümmere mich so gut es geht darum, die Fliegen zu vermehren! Das... Das klingt fair! Okay! Ne, warte, ich bin der Mann! Hä? Ne, ich bin der Mann! Warte! Du bist nicht bei mir im Spiel! Das ist meine Chance, Punkte zu machen! Aber ich muss dann die... Ich muss die anderen Fliegen ja trotzdem kaputthauen! Ne, ne, lass! Lass! Aber was passiert... Wir leben zusammen! Okay! Sie juckt es einfach nicht! Alter! Alter! Sie interessiert es nicht! Ihnen auch nicht! Ja, ja, ich... Ich hole den anderen dann Pizza! Von die Customer! Stört das doch gar nicht, wenn ich hier Party mache mit den Leuten! Oh, was? Was... Oh, was ist denn hier noch? Alter, ne... Kann ich hier raus? Alter! Guck mal! Kannst du das machen? Es geht hier noch rein! Hier auch? Ne! Aber es geht auf die Toilette! Oh, warte! Ja, der hat direkt die Pizza! Kunde, Kunde! Jo, hab ihm direkt was gegeben! Ich gehe auf Toilette! Moin, sind Digga! Kann ich mitkommen? Ja, ja, komm mit! Hier... Kann ich auch auf die Toilette gehen? Ne! Aber das... Das ist ja wild, klasse! Ach, hier habe ich auch noch Waffen! Hier habe ich so ein Wild... Ah, hier... Ach, hier... Hier, warte mal! Ich teste das mal ganz kurz! Äh, und zwar mache ich das so... Ich nehme hier den Stock! Zack! So! Hä? Was tust du denn? Hallo? Zack! Ey, was tust du mit dem Menschen? Ja, warte, warte, warte! Das ist ja so! Und die bringe ich jetzt nach hinten! Was? Ja, warte, 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 warte! Weil die Leute hat das doch immer gestört, dass hier Blut auf dem Teppich war! So! Ach so! Ich schmeiße den mal ganz kurz... Äh! Alter! Ui, bist du stark! Äh! Zack! So, dann schnappe ich mir den Wischmob... Jetzt... Hör doch mal auf! Sofort, sofort! Warte! Und jetzt kann ich... Geht eben da weg! Mann! Was ist das? Hier, mit dem Wischmob kann man das alles wegmachen! Ach so! Batz! Geh weg, du blöde Fliege! Ah, sie wollen was zu essen? Batz! So! Bisschen sauber machen hier wieder! Alter, was tust du? Hä? Wir haben Menschen! Wieso mach ich denn hier... Benje! Dann kommt ein Customer! Hallo! Oh Gott! Es tut mir leid, Mies! Ich wisch sie kurz weg! Warst du ein Unfall? Vor allen Dingen mein Dingens ist irgendwie... Ah, wash the mob under the face... äh, faucet! Hä? Ja! Ich wasch den in der Toilette! Jetzt ist er nämlich auch wieder... Ey! Ist ja auch wieder sauber! Also meine blöde Frage, ne? Was denn? Aber wie kannst du denn, nach all dem was du jetzt bisher gemacht hast, bloß 140 haben? Also... Das weiß ich auch nicht! So meine Damen und Herren! Das war's mit der heutigen Folge vom Fliegensimulator! War einfach mal ein kleiner Test! Wenn ihr Bock habt auf mehr Simulatoren, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da! Und vergesst unter keinen Umständen bei German Let's Play vorbeizuschauen! Unser Lieblingsflieger! Der ist ganz oben verlinkt! Leute, haut rein! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss!